Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Dienstagmorgen. Heute trade ich mit Broker Race Option. 60 Sekunden. Mein Startrate beträgt hier 200 Euro. Ich gehe zwei bis fünfmal mit dem gleichen Betrag rein. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben wichtige bis sehr wichtige News in allen Hauptwerfpaaren. Als nächstes suche ich mir einen Einstieg nach meinen Einstiegskriterien in MetaTrader 5. Euro-Yen sieht ganz gut aus. Ich bin jetzt insgesamt viermal mit dem gleichen Betrag drin. Faktor I sind alle vier Trades im Gewinn. Perfekt. Alle vier Trades gewonnen. Zehn Minuten sind Euro-News. Musste ich mich beilen. Wer sich für die Strategie interessiert, kann noch bis 31.12. bis zu 849 Euro sparen. Du bekommst 10 bzw. 20 Skype-Stunden. Dort erlernst du meine Strategie. Darüber hinaus erhältst du einen Videokurs. VIP-Mitgliederbereich. K des Updates. Lebenslangen Premium-Support. Also sichert euch das Angebot. Lasst es euch nicht entgehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.